Musik Moin Freunde des fröhlichen Borelfischens, heute aus dem Angelparadies Eschede, mal sehen, drei Stunden Aktion machen, länger wird es heute nicht. Schauen wir mal was kommt, wir werden mal ein bisschen was testen. Wir schauen mal. Musik Ja, kurzer Zwischenbericht, eine Forelle ist im Sack, eine ist ausgestiegen. Und das war's. Probiert habe ich jetzt mittlerweile schon einiges an Sprungs, einiges an Gummi, von oben mit Bienenmale. Auch noch nicht, nächste Alternative wäre jetzt noch von unten zu fischen, auftreibend. Aber dafür habe ich die Routen nicht mehr, die liegen natürlich zu Hause, wie sich das gehört. Also bleiben wir beim Ultraleicht und von oben. Schauen wir mal, ich werde es gleich noch mal Presten ausprobieren, vielleicht geht damit noch was. Und ja, ihr werdet sehen. Musik So, Nummer zwei, ob es doch fett ist. Musik 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 So, da ist die nächste. Von oben mit Bienenbade. Ja, sagst du Scheiße, die eigene Stadt war das. Das war auch Spichtor, willst du, dass ich da auch nicht fadeln? Musik Musik Das ist richtig warm. So, das ist die nächste, von Romen mit Wienmader. So, das ist die nächste, von Romen mit Wienmader. So, das ist die nächste, wieder von oben mit Wienmader. So, das ist ein halftiges Gebrassenfoto. Warte! Das passt! Müsste ich genau so stehen bleiben. Ja. Entschuldigung. Und da ist die nächste, wieder von oben, Wienmader. So, liebe Angelfreunde, das war's dann. Schluss für heute. Zeit ist hoch. Ein paar Fische sind es geworden. Ich mach noch ein Bild von, dass ich da hinten dranhängen kann, damit ihr seht wie viel es war. Und ansonsten, hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dran denken, ich würd mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Kommentar oder sogar ein Abo. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.